Sitzt man auf jedem Pferd im Star Stable eigentlich ein bisschen anders? Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und du siehst heute ein Pferdekauf-Video. Ja und ich bin hier nicht alleine. An meiner Seite sind heute Lisa, Swift Mountain und Greta Big Shovel ist auch mit am Start. Und du siehst schon, ich bin kurz vor Feargroove. Und dahin mache ich mich jetzt mal auf den Weg mit meinem kleinen Dreamboy. Den reite ich heute auch schon den ganzen Tag. Der stand irgendwie jetzt so lange im Stall, der arme Schatz, dass der doch unbedingt mal wieder Ausritt brauchte. Und du kannst dir wahrscheinlich schon denken, was es dann werden wird, wenn ich hier vor Feargroove stehe. Und was es genau wird, das siehst du gleich. Ja, in Feargroove stehen natürlich in erster Linie mal die Morgan oder Morgan. Und zwar gibt es ja hier allerhand hübsche. Hier hast du den Apfelschimmel, das ist der, der noch relativ neu da ist. Das ist ja das Quarter, was ich schon habe. Da ist noch ein American Quarthouse. Das hier finde ich übrigens auch ganz süß hier. Dann steht hier noch ein so ein verwaister Araber. Die gefallen mir aber tatsächlich nicht so sehr. Und dann kommen hier noch ein paar Morgens. Eins hat die Lisa hier jetzt auch schon dabei. Sie reitet den auch, oft auch bei Championaten und so. Und ja, welche Farbe soll es werden? Ich habe überlegt, ich habe einen Schimmel. Ich habe auch schon den Braun. Und ich möchte gerne dieses Mal ein schwarzes Pferdchen haben. Und achso, nee, warte, ich zeige dir das nachher ganz im... Warte doch, ich steige mal ab, dann kann man das nämlich sehen. Guck mal, die Mia Highcloud ist auch da. Liebe Grüße an dich, liebe Mia. Ich zeige dir das mal, es ist nämlich ganz, ganz schwarz. Und mir gefällt diese gelockte Mähne. Hier ist so eine gelockte Mähne und ein bisschen gelockter Schweif. Und ich habe gedacht, das soll es werden. Mir gefallen die anderen auch. Aber ich glaube, ich möchte diesmal einen Rappen. Und zwar einen Morgan. Der Morgan wurde einst als das ideale Pferd für die Kavallerie der Vereinigten Staaten bezeichnet. Es ist nach dem Besitzer des ersten Pferdes dieser Linie benannt, Justin Morgan. Morgans haben eine wichtige Rolle in der Entwicklung anderer Rasse, wie zum Beispiel American Saddle Bread oder Tennessee Walking Horse gespielt. Das Ganze hat eine Stärke plus 3, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit und Ausdauer nichts, Agilität plus 2 und kostet 790 Star Coins. Levelbeschränkungen gibt es übrigens keine. Und jetzt darf sie, es wird eine Stute, einziehen, Pferd kaufen. Jetzt kommt natürlich wieder die Frage mit dem Namen. Ich will einen Namen aus und schalte dich gleich wieder zu. Wenn ich mich entschieden habe. Und da bin ich. Und es wird eine kleine Dream Melody. Finde ich passt toll, passt hübsch zu ihr. Und deswegen gehe ich jetzt auf OK. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Dein neues Pferd wird zu deinem Heimatstall gebracht. Du kannst es in deinem Stall finden. Und genau da sehe ich dich gleich wieder. So, im Stall angekommen bin ich. Jetzt muss ich sie nur noch finden. Die kleine Dream Melody. Und sie wird vermutlich hier hinten irgendwo stehen. Weil das sind die letzten beiden Boxen, die ich frei habe. Hier ist sie. Die Dream Melody. Jetzt kann man sie hier auch in dem Licht vielleicht noch mal ein bisschen besser sehen. Guck mal. So, jetzt sieht man das nämlich mit dem Schweif auch total schön. Und hier so das glänzende Fell, finde ich, sieht auch echt toll aus. Ich habe ja nun auch noch keinen Morgan. Und ich finde echt, also ich hatte ja überlegt, ob es ein Friese werden soll, ob es ein Scheier werden soll. Und dann bin ich doch bei Morgan hängen geblieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil mir, also die hat es mir echt dann angetan. Die kleine Dream Melody. So, jetzt einmal aufsitzen. Ich habe schon eine Idee, was sie anziehen soll. Aber ich glaube, dafür muss ich shoppen gehen. Ich gucke aber jetzt erst mal meinen Kleiderschrank. Badam, badam, badam. Wie es aussieht mit Klamotten. Weißt du, shoppen ist dann immer das Schlimmste. Also, ich gucke mal, was ich habe. Ich möchte ihr gerne eine rote Satteldecke anziehen. Warte, ich schaue mal durch. Pink, lila. Nein, die soll wirklich rot sein. Da habe ich, glaube ich, nur die von Weihnachten. Die kann sie aber ja nicht die ganze Zeit tragen. Das geht ja nicht. Das sieht ja ein bisschen komisch aus. Und ich glaube, sonst habe ich keine rote. Da geht es nämlich schon mal los. So, ich glaube, das war es schon an meinen Satteldecken. Ja, hervorragend. Einen schwarzen Sattel. Oh, der Sattel ist eigentlich ganz schön, gell? Der ist ganz hübsch, finde ich. Passt gut zu meinen Haaren. Ich wollte aber einen schwarzen Sattel. Einen schwarzen Sattel. Und da werde ich, ich muss da shoppen gehen. Es hilft mir nichts. Ich werde ins Shoppingcenter gehen. Ja, das passt mir alles irgendwie nicht so. Der Sattel würde schon gehen. Aber ich, der hier wäre vielleicht dann noch besser. Allerdings ist der halt auch wieder nicht championatstauglich. Der sieht halt nur nett aus. Das heißt, ich werde jetzt shoppen gehen, werde mich herrichten, werde das Pferdchen herrichten und sehe dich dann gleich beim Friseur wieder. So, beim Friseur angekommen bin ich jetzt endlich mal. Und ja, ich habe mich jetzt hier für ein rot-schwarzes Outfit entschieden. Entfieden? Oh Gott, entschieden. Nur der Zylinder passt nicht ganz, ne? Der ist so ganz dunkellila. Aber ich habe leider keinen ganz schwarzen. Das muss jetzt leider so gehen. Ich hoffe, ich sehe nicht total trottelig aus. Und jetzt möchte ich mir doch mal Mähne und Schweif angucken. Und zwar gucke ich jetzt erst mal den Schweif. Ja, Zöpfchen möchte ich nicht haben. Also Zöpfchen habe ich ja schon, hat ja mein Mr. Rabbit, ne? Und Melody soll eigentlich keine haben. Hier finde ich den Schweif ganz schön. Da muss ich gleich mal gucken, wie mir die Mähne gefällt. Hier sieht der Schweif wieder nicht so toll aus. Das ist die ganz lange wahrscheinlich. Und die kurze, da ist der Schweif auch meistens hübsch. Und die Mähne ist dann aber immer nicht so meins. Das ist echt immer nicht so einfach. So, jetzt mal von der Seite gucken. Hier sieht man, ich finde die Zöpfchen sehen schon niedlich aus bei Morgen. Also die sind schon echt sweet. Aber ich habe bei Mr. Rabbit welche und möchte ich hier jetzt nicht. Vor allen Dingen sieht man auch die schönen Locken nicht. Und das war für mich eigentlich so ein ausschlaggebender Punkt, ne? Warum ich die geholt habe. Die kleine Melody. Ja, die geht, ne? Die Mähne finde ich okay. Die sieht halt echt schön aus. Sie ist halt lang, ne? Und ich finde, das ist ganz hübsch. Und die kurze finde ich, ach, die geht aber bei Morgen eigentlich auch. Schaut auch niedlich aus. Bisschen frech. Und ja, sieht eigentlich ganz süß aus, wie ich finde. So, von hier kann man eh nichts sehen. So den Schopf. Jetzt kann man natürlich den Schopf... Halt mal still dein Köpfchen, Melody. Du zappel, Philipp. Das sieht man halt bei dem Schwarz auf Schwarz jetzt eh nicht so mega gut. Aber, ja, finde ich halt auch lang eigentlich. Obwohl das niedlich ist. Also guck mal, die wippen dann so. Das ist echt knuffig. Und von der Seite vielleicht mal noch gucken. Ach, das ist hinten, ja. Ich wollte aber, warte mal. Kann ich von der Seite sehen? So, da habe ich nämlich... Ah, mach mal den Kopf zur anderen Seite. Ja, genau so. Ja, nicht so einfach, ne? Ich finde eigentlich... Ich gehe mal hier nochmal zurück. Ich finde eigentlich diese Mähne am schönsten. Die lange, ne? So. Finde ich, sieht echt hübsch aus. Passt auch zum Mädel, wie ich finde. Ich finde, mir gefällt der Schweif wieder nicht. Also, ich nehme das jetzt trotzdem. Aber der Schweif ist irgendwie... Ach, Manno, warum immer bei der langen Mähne? Das finde ich echt gemein. Oder man nimmt hier die mittlere. Ist auch ganz süß. Da trage ich die. Oder man behält einfach die, die sie eh hat, ne? Also, sieht ja jetzt auch nicht doof aus. Jetzt mal gucken. Da sieht der Schweif wenigstens nicht total komisch aus. Ich glaube, ich behalte die, die sie hat. Ich glaube, das gefällt mir so schon ganz gut. Und das lasse ich, glaube ich, so. Und jetzt suche ich mal ein stilles, gemütliches Plätzchen, um dir die Gangarten zu zeigen. So, nachdem ich gerielockt habe, kann ich dir jetzt die Gangarten zeigen. Und ich fange mal mit dem Führen an. Ach Gott, das ist immer so... Das ist gar nicht so einfach, das Führen so zu zeigen, muss ich sagen. Aber guck mal, ich glaube, so kann man das ganz gut sehen. Ich finde da auch den... Ja, der Schritt ist schon echt ganz nett so, ne? Also, es geht schon echt... Sieht schon nett aus. Guck mal, so, das Führen von der Seite. Jetzt vielleicht mal noch von der anderen Seite. So rum, ne? Dann sieht man auch, guck mal, auch da wippen die Öhrchen so ein bisschen und der Shop wippt ein bisschen. Und so sieht das Führen dann von vorne aus. Das ist doch ganz niedlich, oder? So kann ich mich doch sehen lassen hier mit der kleinen Melodie. Ich finde, das sieht toll aus. Guck mal, wie schön das Fell glänzt. Echt niedlich. Und dann mal wieder loslassen und aufsteigen. Auf geht's. Und dann zeige ich dir einfach mal ganz gemacht den Schritt. Ich fange mal an. Guck mal, hier sieht man, dass die... Lisa hat die kurze Mähne. Und ich finde, das sieht bei Morgan auch ganz knuffig aus. Sieht echt süß aus, so. Guck mal, der Schritt. Ja, das kann man gut sehen, ne? Das ist echt niedlich. Ich zeige dir das mal von der anderen Seite natürlich noch. Ich wippe so ein bisschen. Wieso kennst du diese Stehauf-Männchen? Die haben kleine Kinder manchmal. Die kann man so umhauen und dann machen die so ein klöteriges Geräusch. Dann klingeln die so ein bisschen. Und die stehen immer wieder auf, weil die unten rund sind. Vielleicht finde ich ein Bild. Ein Stehauf-Männchen. Kennst du das? So wippe ich ein bisschen rum. Ist es bei jedem Pferd echt anders, dass man anders sitzt irgendwie? Oder liegt es an dem Sattel vielleicht? Ich weiß es auch nicht. Kannst du mir mal unten dran schreiben. Sitzt man auf jedem Pferd in Star Staple eigentlich ein bisschen anders? So. Guck mal. Und von der anderen Seite natürlich auch noch. Ich könnte ja auch der Schönheit wegen mal in den Optionen das Interface ausmachen, oder? So. Dann kann man das ein bisschen besser sehen, Mensch. Sag mir doch, dass ich das noch anhabe. Ja, finde ich. Sieht ganz nett aus. Ich drehe mal nochmal um. Und eine Gangart. Schneller bitte. Ja, da guck mal, wie ich da rumwackele. Ach du guter Gott. Ich muss da mal drauf achten, ob ich das bei den anderen Pferden auch habe. Ob das da auch so ist. Das ist mir noch nie so extrem aufgefallen. Ich schaue da aber mal drauf. Ich habe ja Videos genug. So ist es ja nicht, ne? Okay. Und noch einmal. Ja, da finde ich geht's wieder. Na, guck mal. Ich finde da auch die Beinhaltung eigentlich ganz schön so rum. Ich mag das, wenn der Schweif so weht, oder? Das finde ich echt hübsch. Das mag ich. Das sieht echt schön aus. Meine bevorzugte Gangart ist ja tatsächlich eher der Wendekreis aus der Hölle. Ist ja eigentlich eher der Trab, ne? Den mag ich eigentlich am liebsten. Guck mal. Ich zeige jetzt noch mal von der Seite. So. Und dann einmal das Anhalten. Oh, hast du gesehen, wie sie den Kopf da nimmt? Guck mal. Das zeige ich mir noch mal. Das fand ich ja jetzt nett. Okay. Guck mal ganz nah ran. Oh je. Und das Steigen darf natürlich auch nicht fehlen. Also da kippt sie mir so ein bisschen. Guck mal. Das sieht ein bisschen fast aus, als ob man fast aus dem Sattel fällt. Guck mal. Oh Gott. Siehst du das hinten bei der Lisa? Hast du das gesehen? Oh Gott. Dass man da nicht runterfällt, ist physikalisch fast unmöglich. Oh mein Gott. Aber macht nichts. Nicht so schlimm. Ich mag das lieber ein bisschen dezenter, wie der Mustang das hat. Muss ich zugeben. So. Und dann noch das Springen vielleicht. So. Ah, da nimmt sie die Beine wieder schön. Das finde ich wieder sieht echt gut aus. Aber von der anderen Seite noch. Ja, das finde ich sieht echt nett aus. Also das gefällt mir wieder total. So. Jetzt einmal rückwärts richten. Ja, da guckt sie auch schön zurück. Ich gucke ja mittlerweile auch zurück. Gott sei Dank. Bis auf, dass ich die Zügel halte wie eine Wäscheleine, geht es eigentlich. Finde ich das. Guck auch die Ohren so. Ach, das finde ich, das passt eigentlich ganz gut. Und jetzt kann man natürlich noch mal gucken. Der Morgan ist natürlich ein sehr zappeliges Pferd. Ähnlich wie das EV. Steht eigentlich nicht so richtig still. Guckt die ganze Zeit in der Gegend rum. Wirft den Kopf. Schad mit den Hufen. Wann geht's los? Ja, bald geht's los, kleine Melodie. Auch dann wirst du ausgelevelt werden mit deinen haselnussbraunen Augen. Ja, das ist also mein Zuwachs jetzt im Stall. Ich freue mich sehr darauf, sie jetzt zu reiten und zu leveln. Sie wird mir sicherlich auch in Championaten sehr viel Spaß machen. Da bin ich ziemlich sicher. Und du kannst mir ja mal unten deine Lieblings-Morgan-Farbe unten reinschreiben. Welches hast du und warum hast du dich dann dafür entschieden? Welche Farbe gefällt dir da am besten? Guck mal, die Crystal steht bei mir im Pferd. Ich bedanke mich jetzt sehr bei dir fürs Zuschauen und dabei sein. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damaka.